Achtung, Einsatz für die Feuerwehr Weiderlader-Cossing-Challenge Achtung, Einsatz für die Feuerwehr 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Also, wir bedanken uns für die Nominierung. Ihr seht, wir haben es geschafft mit Frauenpower. Es sind nicht nur die Männer fit, sondern auch bei uns die Frauen. Wir kommen zur Nominierung. Wir nominieren auch drei Wehren. Wir nominieren die Feuerwehr Karbusene. Wir nominieren die Feuerwehr Neu-Isenburg, Abteilung Zeppelinheim. Viel Spaß. Und wir nominieren die Feuerwehr Holen Neu. Ich hoffe, ihr macht das genauso gut wie wir. Danke.